Hey Leute, hier sind wir auf der Unterbringung von DeepBuddyZock und heute haben wir eine mega geile Challenge und zwar den nur taktische SMG Challenge, fragt euch jetzt was, taktische SMG ist gar nicht im Spiel, ja es ist der Season 1 und Season 2 Modus wieder zurückgekommen und da werden wir das heute machen, die Waffe ist mega geil, also mal gucken was wir mit der so reißen können und ich würde sagen Leute, wir springen jetzt in die Runde, let's go, so Leute, los geht's natürlich, da wird das Ganze noch mal schwieriger, weil wir die Waffe so schnell wie möglich finden müssen, weil hier immer einiges los ist und ich bin mal gespannt Leute, ob wir die auch schnell bekommen, ja, ich hab sie direkt, ja, nein, 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 hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht, hat er verloren, nein, kommt auch noch, nein, bitte nicht finischen, ich will hoch da, ich schaff das, er kommt, er kommt, er revivet, okay, ich muss hier unten kurz abbauen und komm sofort hoch, naja, okay, geht's, warte, er hat's abgebrochen, was will er machen, du kannst den ganzen Turm abbauen einfach, warte, ich komm direkt hoch, was mach ich, die, Digga, er zieht durch, was mach ich, die, er ist tot, er ist tot, ja, okay, kann man machen, wer hat die Impulskonate eingesetzt, ich hab keine Ahnung, was er sagt, guck mal, dein Typ, da hinten hat mir aboxt, oh Gott, ich kann nicht mehr drauf, glaube ich, ne, warte noch, genau, ich komm nicht drauf, glaube ich, was der gerade gemacht hat, holy shit, ja, Leute, warte, hast du sie jetzt auch, ja, nice, okay, wir wollten eigentlich sagen, es ist relativ schwierig, die so schnell zu finden, aber anscheinend haben wir die beide, der Start war schon mal legendär, würde ich behaupten, wir hobs gehen raus an den Gegner, die haben mich nicht gefinisht hat, und sich dann noch selber umgebracht hat, ey, ich pack's nicht, ich komm nicht drauf klar, er killt sich selber, er killt sich selber, geht nicht auf den Finish, was, und hat sein Mate auch nicht revived, also ja, keine Ahnung, was da jetzt schon da los war, vielleicht hat er einfach einen Schlaganfall, das kann echt sein, oh Gott, okay, Leute, Mad Kid ist hier auch am Start, das ist perfekt, dann brauchen wir noch ein paar große Schilddränge, und dann kann es eigentlich losgehen, die Waffe ist relativ gut, kann man schon so sagen, es ist ja die beste SMG jetzt in dem Modus, weil die Silenced SMG, ja, gut, kann man zwar benutzen, aber hallo, praktische SMG, ich war der Win, ich muss sagen, die Waffe ist krasser als die P90, die hat einfach so eine geile Prezi und die Schüsse connecten einfach, und man hat das so oft bei der P90, weil da steht ein Gegner vor dir, du sprayst mit deinem 40 Schuss auf die Gegner und das connectet nix, aber bei der Waffe, der geht richtig geil rein, ey, ich hätte gern ein paar Schilddrinker, ich auch, haben wir beide keine, ja, moin, klingt schon mal gut an, wenigstens habe ich zwei SMGs schon, also, beschwere ich mich mal nicht, wir gehen in die Mitte, okay, guck mal, da ist er gestorben, oh mein Gott, gönnt er sich halt echt feinhart, ne, der Move war einfach legendär, der Hals drauf, der Kollege, ja, Mann, wollen wir nicht nach rechts, in den Tower rein, ich höre hier Gegner, oh, ich sehe Gegner, ist fast tot, Waffe ist so nice, er ist tot, da ist noch einer, da ist einer von mir, ist auch tot, oh, der hat so ein paar Hits bekommen, warte, bei dir ist noch einer, ja, ja, das ist weak one shot, wo, ich habe aber jetzt Angst vor der Shotgun, hier drin, ja, warte, ich bin weit weg, ich habe drei große Schilddrinker, und ein Mad Kid, ja, damit, ich brauche alles, ich weiß nicht, da waren bei mir zwei Solos, oh, super, da waren zwei Solos neben mir, die haben relativ schnell kassiert, erstmal das hier, einmal das hier, und den Rest nehme ich, können die rein, ich habe sie sogar in blau bekommen, ganz nice, nice Mann, die lila Variante müsste es auch geben, also, ja, ja, wollen wir am besten dann auch noch, aber nice start, wir haben, warte, ich sehe deine Kills nicht, fünf Kills insgesamt, ich habe zwei, perfekt, ja, das ist echt ein geiler Start, hier liegt sie noch mal, wie oft hast du sie jetzt schon, zweimal, oder? zweimal, ja, dann haben wir sie jetzt insgesamt, fünf mal, guter Start, guter Start, die Waffe macht richtig Bock, ganz ehrlich, ich bin so hart, ich habe einfach schon 1000 Holz, 200, der hat einen safe Lama gefunden, 300 Metall und, 227 Steine, Beispiel, deswegen hat der so viele Schildtrinke, okay, ich würde sagen, das fängt, ja, das kannst du dir gönnen, hast du auch bekommen, und, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich bei dem nächsten Fight, Leute, meine, vor uns Gegner, die Raffen nix, guck ich dir an, warte, ich will den so abballern, der wird so, die Reikheitsschutz von hinten, so weggelasert, oh, da ist er genockt, grüß dich, okay, ich will mich erst mal beenden, top, muss beendet werden, wie schieb es mit dem da vorne aus, der zieht aus, machst du für Moves hier, Bruder, nice, und dann sind hier noch Gegner, also die holen wir uns dann auch noch, ja, die hatten jetzt nicht so viel krasses Zeug hier, ich möchte noch ein paar mir Schildtrinke, warte noch, ich bin noch ein bisschen hinter dir, ja, jetzt, drauf auf die, komm, auf geht's, hab ich sogar gehittet, finde ich nicht okay von ihm, der eine ist rausgeflogen, der eine ist gelasert worden, der andere ist auch tot, nice, easy, die Waffe, ohne Scheiß, das ist, das ist die stärkste Waffe im Spiel, ich glaube, ich glaube auch fast, so, probiert den Modus aus, probiert die Waffe aus, die ballert anders, oh, noch mehr Gegner, nice, gefällt mir, hallo, das ist meiner, bist du sicher? ja, ja, ich muss kurz Waffe switchen, ich hatte die eine nicht ordentlich nachgeladen, ist mir mittendrin aufgefallen, mal kurz mit dem Gunfight nachfragen, bist du sicher? ja, so, wir haben jetzt wie viele Catchen im Start, ich habe vier Stück, okay, ich habe sechs Stück, also sind wir mit, zehn Catchen gut unterwegs, also, ich, siehst du noch welche, oder was? das ist so gelähmt, zwei Siemerhits gegeben und abgestaubt, ich habe, glaube ich, 30 Siemerhits gegeben, so gefühlt, okay, so waren es wahrscheinlich sogar 30, keine Ahnung, wo sie am Ende ist, aber egal, hast du Munition? ja, genug, das wäre viel falsch gewesen, da können wir, der ist hier hinterm Baum, ne, der ist mit Schampfer hierhin geflogen, das ist gar nicht hier, ach so, ja gut, dann rein in die Zone, es fühlt sich gar nicht wie eine Challenge an, ich muss schon sagen, weil das ist halt richtig krass, wie die Waffe abgeht, ja, die macht so Bock, ganz ehrlich, vor uns Nordosten war einer gerade am rumfliegen, glaube ich, hast Zecken, habe ich den noch gesehen, wie er hinterm Berg verschwunden ist, also vielleicht ist das ein anderer Maid, Südosten sind auch so ein paar Bunker gebaut, okay, ja, aufpassen, Leute, vor uns sind wieder zwei, hey, die haben vor uns, die fighten gegen andere jetzt, oder was? ja, warte, warte, links siehst du die? ja, komm, wir können einfach von hinten kommen, das ist easy, ja, das machen wir, keine Ahnung, was da schon wieder los ist, ja, das ist ein Tryharder, glaube ich, unten rechts, okay, wie viele sind hier, ich lade immer wieder direkt meine Waffen nach, ich will näher ran, ich will ordentlich damit schmacken, hallo, hey, sorry, hier neben uns ist einer, das ist ein guter Spiel, Achtung, ich weiß nicht, ob der so gut ist, wie ist er, er ist unten durchgelaufen, er versteckt sich mal, ich geh mir kurz einen großen Schild dran, die anderen da drüben fighten auch noch, ey, jetzt ist ja hier alles los, oder geht auf, ist genockt, hat einen großen Schild dran, danke dafür, Kollege, den habe ich gebraucht, und die lila eine Variante, nice, das haben wir alle, ja, so, warte mal kurz noch, du gönnst ja auch gerade noch, ja, ich geh mir auch kurz noch, das ist wichtig, Leute, und ich kann meine, es ist am High Ground, okay, sind da die Gegner noch, oder was, ja, die sind eh weiter weg, ich komme rüber, ich helfe dir, habe einen, nice, perfekt, also, warte, das ist noch ein Solo, das sind noch zwei Stück, mindestens, ja, da unten ist der andere, ich bin Ehrenmann, oh, ich bin Ehrenmann, aber dann halt nicht, warte, das ist meiner, das ist meiner, der hat nicht viel drauf, er ist am wegrennen, er ist am wegrennen, ich sehe ihn, warum rennt er jetzt auf einmal weg, die Zone kommt auch, die Zone kommt auch, die Tiger, er ist tot, na komm, dann stirb halt an der Zone, mir auch egal, ey Mann, er stirbt wirklich an der Zone, dann hätte ich ihn töten können, ich habe extra nicht geschossen, das hat kein Kill bekommen, ey, das hier schon wieder gebaut worden ist, das waren ja wir, Wahnsinn ey, Leute, ich würde sagen, die letzten vier holen wir uns auch noch, oder? Ja, auf jeden Fall, diesmal holen wir uns sogar die Kill, okay, diesmal weiß ich ja nichts, übrige Kill hast du jetzt? Ich habe sechs Stück, okay, ich habe auch 14 Stück, nur mit der SMG ist eigentlich ganz nice, ich habe Jump Pad, können wir nehmen, da vorne hat jemand gebraut, wo ist da vorne? 150, 150, okay, wir fliegen einfach direkt vor mir, ja, ich sehe den, ja, ich sehe ihn auch, ein Raketenwerfer, Achtung, ja, moin, muss groß, komm, schieß mit dem Raketenwerfer auf die Distanz, ja, da schießt er nicht, irgendwo hat jemand auf uns gesniped, ja, im Osten, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher, komm, immerhin mal rüber, danke, ich sehe aber hier keinen, wie sind die jetzt alle gestorben, der ist hier, warte, den letzten will ich, den bekomme ich wirklich, ich verstehe, Achtung, Achtung, nicht sterben, ja, 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 alles safe, komm lieber runter, wow, das ist ein richtig guter Spieler, okay, ja, er baut sich immer weiter hoch, warte, ich baller gerade mal, auuu, baller alles runter, mal kommt runter, ach, das ist ein richtiger Schwitzer, pass auf, den müssen wir holen, ich habe extra schon wieder aufgehört zum schießen, jetzt verlieren wir safe noch, wo ist er hin, ist er bei dir, ich glaube, der ist ja unten irgendwo, oder, kann sein, kann sein, wir müssen in die zone, Achtung, ich sehe ihn nicht, der stirbt jetzt gleich wieder, als ob der jetzt auch wieder an der zone stirbt, entweder ist er Houdini, oder, oder du gehst jetzt down, komm, habe ich gar keinen Punkt drauf, DINGA, DINGA, der hat so viel zu machen, was machst du hier Kollege, jetzt spielt er runter, jetzt ist er dann tot, hat noch einen Hit bekommen, er ist an der zone, hier gestoppt, hier gut, also ich würde sagen, wir haben vielleicht bei unseren 14 Kills, 15 Kills, eigentlich 17 Mann, es stimmt, eigentlich hätten wir 17 gemacht, ey Leute, das war echt, eine verdammt geile Runde, mit der Waffe, wir können es nur empfehlen, probiert den Modus mit der Waffe, ich würde es mir wünschen, wenn die Gegend dann wieder back kommt, ja, ich glaube, wir müssen das Video, nicht Challenge nennen, sondern 100% easy gewinnen, ja, wir sehen uns, wie immer beim nächsten Video, wenn es euch gefallen können, like da, und ja, haut rein, und ciao,